Ja, Fazit von unserem Kongress, abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich alle relativ müde sind, weil es waren zwei sehr spannende Tage mit über 60 Vorträgen zum einen und mit einer langen oder kurzen Nacht, wie man das heute nennt. Also es hat wieder funktioniert, wie da oben steht, hereinspaziert. Alle sind hereinspaziert, über 300 Kollegen haben sich ausgetauscht, nahezu 19, 20 Stunden pro Kalendertag. Und ich muss einfach sagen, wir sind auf dem richtigen Weg mit der HSMA. Wir reden mit allen, wir haben mit Airbnb gesprochen, wir haben mit den Tagungsportalen gesprochen, wir haben mit den Distributoren gesprochen und nicht übereinander und wir haben einen super, super Weg, finden wir im Dialog der Problemlösung. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo wir über den anderen reden, wo wir über Blockaden sprechen, wo wir über Verhinderungen sprechen, sondern es ist die Zeit für den echten Dialog, um gemeinschaftlich in die Zukunft zu schauen. Und da bin ich sehr optimistisch nach diesen anstrengenden Tagen und freue mich, wenn es beim nächsten Mal heißt, nicht nur 300 Mal hereinspazieren, sondern vielleicht sogar 400 Mal hereinspazieren. In diesem Sinne, alles Gute für euch.